Hallo meine liebe Freunde und Freunde Lieders. Ja, guck mal, ich bin ja schon wach. Ja, und meine Herrschicht hat, der schlauft. Ja, der Leiter und schlauft. Ich gucke dem zu, wie der durchslauft. Und er macht immer so, pfff, pfff, pfff. Ja, so macht der, pfff, pfff. Und das ist so klar. Wenn der jetzt nochmal, pfff. Und, und, und dann stupsele ich dran. Ja, und dann, dann gehe ich ganz bisschen da dran und dann stupsele ich dran. Bin nur gespannt, was dann passiert. Vielleicht du das dann verschreckt und machst. Nee, ja, vielleicht macht er ja das so. Nee, das wäre aber witzig. Ja, oder soll ich nur rufe? Hallo, hallo Herrscher, Augen auf. Nee, er hat die Auge immer noch zu. Ich gucke ganz genau hin. Ich glaube, gleich macht er die Auge auf. Ja, jetzt hat er es auf. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab ihn hypnotisiert. Ich hab ihn ganz hypnotisiert. Da hat er die Auge aufgemacht. Ja, Freunde, ich wünsche euch noch ein wunderschöner Tag. Und ich muss jetzt noch weiter hypnotisiere. Tschüss, bis dann. Euer Mogli mit die weiße Pfote.